Aber sie hat es falsch gesagt. Sie ist jetzt meine Zeugen. Eieieieiei. Ich muss kratzen, ich muss kratzen. Äh, 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 äh. Hallöchen Leute und willkommen zurück zu einem neuen, gruseligen, spooky Halloween-Video. Wie ihr sehen könnt, bin ich heute alleine. Zumindest hoffe ich, dass ich alleine bin. Jedoch wird dieses Video zusammen mit Isabel oder wie ihr sie vielleicht auch kein Beauty-Benz sein. Wir beide lieben nämlich Halloween und wir lieben es auch Halloween-Looks zu schminken. Deswegen dachten wir uns, wir bestimmen gegenseitig unsere Halloween-Looks, aber nur über Sprach-Memos. Und das ist auch so die kleine Challenge daran. Das heißt, wir dürfen wirklich nur sozusagen den Look beschreiben über Sprache. Wir dürfen keine Fotos schicken, keine Videos und sonstiges. Und das Coole ist auch, Isabel sitzt gerade in Deutschland in ihrem Studio. Ich sitze hier in Österreich in meinem Studio. Und wir werden jetzt gleichzeitig diese Looks schminken. Und dann am Ende werden wir uns hoffentlich, wenn es klappt, facetimen und dann gegenseitig schauen, wie gut wir den Look getroffen haben. Macht das Sinn? Wenn nicht, dann schaut euch einfach das Video an und es wird dann, glaube ich, irgendwann klar. Und Isabel hat mir auch schon die erste Sprach-Memos geschickt. Ich habe mir noch nichts natürlich angehört, deswegen bin ich ultra gespannt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Ach du Heilige, sie hat mir wirklich einige Sprach-Memos geschickt. Starten wir mit der ersten. Das ist Halloween, das ist Halloween, 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 Halloween. Das ist Halloween. Herzlich willkommen zu Paulas neues YouTube-Video. Heute bestimme ich, ich, Isabel, den Halloween-Look. Und ich habe mir was richtig Gutes rausgesucht. Und ich bin sehr gespannt, ob du das Ganze umsetzen kannst. Wir werden sehen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin auch gespannt. Danke, Isabel, für dieses wunderschöne Intro und den wunderschönen Gesang. Also ganz ehrlich, Daumen nach oben, wenn Isabel ein Lied rausbringen sollte. Die nächste Sprach-Memo. Schritt Nummer 1. Ach man, wie dramatisch macht sie es denn bitte? Ich will mit dem Schminken anfangen. Let's go. Ich stecke auf jeden Fall erstmal deine Haare zur Seite, damit die dich nicht im Laufe des Videos stören. Denn jetzt wird es erstmal geometrisch. Und zwar möchte ich, dass du vielleicht mit Hilfe eines selbst gebastelten Zirkels, dafür kannst du einfach ein Kajal nehmen, eine Schnur rumbinden und schon hast du deinen eigenen Zirkel. Wenn du die andere Seite von der Schnur auf deine Nase befestigst, kannst du um deine Augenbrauen herum, um deine Backen und um deinen Mund einen perfekten Kreis ziehen. Das heißt, deine erste Aufgabe ist es, ein super schöner Kreis zu ziehen um dein Gesicht quasi herum. Okay, warte, ich bin bei Zirkel ausgestiegen. Hat sie gesagt, in welcher Farbe? Hat sie weiß? Hat sie weiß gesagt? Oh mein, okay Leute, ich merke schon, es ist noch relativ früh, zumindest für mich. Ich war gestern lang wach, okay? Okay, ähm, aber Zirkel, ich hab, hallo, ich hatte nicht mal in der Schulzeit einen Zirkel. Ich war so richtig der Schüler, der so mit einem Kugelschreiber gekommen ist und ohne Blatt und sich dann immer als ausbauen musste und dann immer so getan hat, das hätte man es am nächsten Tag dann zurückgegeben, aber ich hab's nie zurückgegeben. Das war ich. Ich war jetzt richtig nervig, aber das, ach. Okay Leute, ich bin so lost, ich hab nicht mal eine richtige Schnur, ich hab nur so ein Geschenksband, aber ich hab ein Kajal, okay? Den befestige ich jetzt hier in dieser Schnur und ich hab mir die Memo dreimal angeratet und sie hat keine Farbe gesagt, oder? Wenn schon, dann bin ich, dann bin ich lost als lost, aber sie hat gemeint Kajal und ich dachte mir, keine Ahnung, Kajal ist ja typischerweise, es kann jede Farbe sein, aber es ist typischerweise schwarz, würde ich sagen. Um meine Nase herum? Also, ich hab der Isabel gestern noch gesagt, bitte keinen zu schweren Look, weil ich schaff das sonst nicht. Eieieiei, so circa, okay, und jetzt um mein Gesicht herum, oder? Wie läuft's? Warte, ach, es läuft schlecht. Naja, es könnte schlimmer sein. Immer positiv denken, es könnte immer schlimmer sein, aber es geht irgendwie hin, ich bin so confused. Okay. Wenn ich gewusst hätte, dass wir so gemeint sind, dann hätte ich nicht so nette Sprachmemos gesendet. Also schon mal so ein halber Fail, machen wir einfach weiter mit der nächsten Sprachmemo, vielleicht ergibt es dann mehr Sinn, was sie von mir will. Mit weißem Bodypaint oder weißer Cremefarbe, das ist tatsächlich dir überlassen, musst du diesen kompletten Kreis jetzt weiß anmalen. Also wirklich alles weiß, damit du quasi, wenn du in den Spiegel schaust, einen weißen Kreis auf deinem Gesicht hast, denn das ist jetzt die Grundbasis für unser Make-up. Okay, ich habe gerade so ein Bauchgefühl, dass ich diesen Kreis in weiß hätte machen sollen. Kann das sein? Oder glaubt ihr, stimmt schwarz? Ich weiß es nicht. Schau, das ist ja die Challenge daran, dass ich sowas nicht fragen kann. Aber wir nehmen... Oh Gott, ich habe vergessen, dass ich Make-up schon trage. Wir nehmen uns jetzt weiß. Ich nehme mein Bodypaint und male einfach diesen Kreis weiß aus. Vielleicht werde ich ihn auch so ein bisschen verschönern. Ist das Schummeln? Nein, ich glaube, es ist nicht Schummeln, weil eigentlich ist ja nur mein Ziel, dass am Ende mein Make-up so aussieht, wie es aussehen soll. Boah, das macht gar keinen Sinn. Leute, ich und erklären. Das wird einfach nichts mehr. Aber ich mache mich auf jeden Fall mal weiß an. Uh, 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 uh. Ich glaube, ich werde den Kreis ein bisschen verschönern, aber ich werde ihn auf jeden Fall schwarz lassen. Weil so habe ich das verstanden und so lasse ich das auch. Ich hoffe, das ist wenigstens ein cooler Look. Ich habe so ein Gefühl, es wird ein richtig hässlicher Look. Wenn er hässlich wird, ist es nicht meine Schuld, okay? Okay, ist noch immer kein perfekter Kreis, aber auf jeden Fall schon mal einiges besser. Und ich bin ganz zufrieden. Machen wir weiter. Jetzt schnappst du dir eine Lidschattenpalette, wo die Farben Orange, Gelb und Schwarz drin sind. Ich hoffe, du hast sowas zu Hause. Natürlich hast du sowas zu Hause. Und jetzt musst du deine Ohren gut spitzen, denn jetzt wird es richtig kompliziert. Stell dir vor, du hättest dir bereits eine Cutcrease gezogen, und zwar eine richtig große und dramatische Cutcrease, damit es ein bisschen besser zu veranschaulichen ist, denn es wird wirklich kompliziert. Stell dir einfach ein Make-up vor, wie von einer Track Queen zum Beispiel. Denn wir arbeiten jetzt überhalb der Cutcrease. Dafür schnappst du dir ein Gelb und blendest das richtig schön nach außen. Das heißt, überhalb der Cutcrease solltest du richtig schön pigmentiert sein. Und dann arbeitest du das Gelb so ein bisschen an den äußeren Rand von dem Kreis, von dem weißen Kreis, und ziehst das Gelb aber auch so ein bisschen in die Nase rein. So als hättest du so ein Katzenauge quasi, aber alles so ein bisschen weiter nach oben versetzt. Was? 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 Okay, warte, was? Ich checke, ich habe absolut nichts gecheckt. Eine Cutcrease, nein, über die Cutcrease, aber gleichzeitig bei der Nase. Kurzzeitig dachte ich, ich muss meine Ohren anmalen, aber ich muss nur meine Ohren spitzen. Was? Okay, ich brauche jetzt erstmal ein Gelb. Ich mache das jetzt Schritt nach Schritt, weil sonst ist mir das viel zu kompliziert. Alter, das ist ja... Ich habe hier diese Palette hier, die sieht schon ein bisschen ekelhaft aus, aber da ist ein Gelb oben, das heißt, das nehme ich jetzt einfach. Was? Ich bin so confused. Okay, äh... Okay, Leute, ich habe jetzt hier mein Gelb. Und das verblende ich überhaupt der Cutcrease. Ich gehe jetzt da einfach auf meine Augenbrauen, um ehrlich zu sein. Sie weiß, dass ich keine Augenbrauen gerade habe, weil sie da selber keine Augenbrauen. Wir haben sie uns zusammen abrasiert für die Halloween-Zeit. Ähm, und keine Ahnung. Sie hat noch nichts zu den Augenbrauen gesagt. Irgendwie irritiert mich das alles gerade. Sie hat gemeint bis zum Rand von diesem Kreis und dann aber auch irgendwie so zur Nase wie so Katzenauge. Glaubt ihr, könnte das sein, was sie will von mir? Ich mache es einfach. Das ist die Challenge daran, Leute. Ich mache es einfach. Hier so. Mhm. Ich glaube, sie hat aber noch was zum Gelb gesagt. Also du kannst mit dem Gelb wirklich dich richtig austoben und es wirklich großflächig verblenden. Es soll jetzt nicht über die ganze Stirn gehen, aber du hast auf jeden Fall viel Platz für das Gelb, denn jetzt kommt das Orange. Ich habe viel Platz für das Gelb. Ich meine, ich habe schon sehr viel Gelb verblendet, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß, so eine Challenge wirkt immer so lächerlich, aber ich finde, wenn man nichts sieht, das ist so irritierend, wenn man sich nicht auskennt und nicht weiß, ob man das gerade richtig macht oder nicht. Ich finde das ganz schlimm. Das sieht bescheuert aus, aber ich lasse es jetzt einfach mal so. Machen wir weiter mit dem Orange. Und du machst quasi das allerselbe mit dem Orange, nur dass du es nicht so weit verblendest. Also du setzt das Orange überhalb des Gelbes an die Cutcrease, also oberhalb der Cutcrease und verblendest es in das Gelb, wie ein schöner Sonnenuntergang quasi. Überhalb des Gelbes, hat sie gesagt. Überhalb des Gelbes. Orange überhalb des Gelbes. Ich nehme jetzt hier mein Orange, nehme auch den selben Pinsel, weil ich mich sowieso nicht auskenne. Überhalb des Gelbes, überhalb der Cutcrease. Welche Cutcrease? Ich habe keine Cutcrease, ich kenne mich nicht aus. Okay, meine Cutcrease hätte ich normalerweise hier so, okay? Und jetzt überhalb des Gelbes, heißt für mich darüber, hier, nehme ich mir jetzt Orange und verblende das ins Gelb. Das funktioniert sogar irgendwie ganz gut. Na, wenigstens das, oder? Ich bin so verweht. Leute, ihr müsst bedenken, ich weiß nicht mal, was... Ich weiß genauso viel wie ihr. Ich weiß nicht mal, was das für ein Look wird. Jetzt so auf den ersten Blick würde ich sagen, ein Clown oder so. Aber es könnte auch noch was ganz anderes werden. Okay, weiter geht's. Mit einem schwarzen Lidschatten verdunkelst du jetzt nochmal diesen kompletten Look, damit es einfach so einen richtig schönen Kontrast gibt zu dem Weiß. Aber bitte sei vorsichtig mit dem Schwarz. Also zieh es nicht zu weit nach oben, zieh es nicht zu weit in die Nahtenspitze rein, zieh es nicht zu weit nach außen. Es soll sehr dunkel sein, es soll wirklich ein Schwarz sein. Aber sei vorsichtig damit. Also zieh es nur ganz leicht in das Orange quasi, damit du eine Abstufung von Schwarz, Orange auf Gelb hast quasi. Und jetzt sollte man auch richtig schön diesen Kontrast sehen zwischen Cutcrease bzw. Weiß und Schwarz. Das heißt, es sollte jetzt aussehen, als hättest du dir eine richtig krasse weiße Cutcrease gezogen. Leute, ich habe gerade nichts gecheckt. Nichts, okay? Ich hatte kurz einen Moment, wo ich dachte, diese schwarze Linie stimmt doch und ich muss jetzt irgendwie so das Schwarz so rein verblenden. Nein, ich muss das Schwarz in den Lidschatten verblenden. Und ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Ich glaube, das Orange hätte ich hierher gehört. Aber sie hat es falsch gesagt. Hier sind jetzt meine Zeugen. Isabel hat es falsch gesagt. Sie hat gemeint, überhalb des Gelbes. Und was heißt überall? Oder bin ich einfach... Es könnte auch sein, dass ich einfach falsch liege. Ganz Leute, ich bin... Leute, ich bin schon done. Ich bin jetzt schon done mit dieser Challenge. Was mache ich jetzt? Soll ich jetzt das Schwarz hier in der Mitte? Oder soll ich es jetzt hier unten? Ich glaube, ich mache es unten. Oder Leute, was habe ich gemacht? Das ist komplett falsch jetzt. Ich nehme mir Schwarz. Das sieht so belemmert aus. Ich mache das einfach so irgendwie. Ich glaube, das ist so halb richtig. Es gibt sowieso kein Zurück mehr. Wir müssen es jetzt so machen. Ich sage es, wie es ist. Besser als das wird es nicht mehr. Aber ich finde es irgendwie tatsächlich sogar ganz cool. Also ich habe es auf jeden Fall falsch. Ich glaube, ich habe bis jetzt alles falsch. Aber es ist cool. Hoffen wir mal, es geht ein bisschen einfacher weiter. Jetzt schnappst du dir einen schwarzen Eyeliner und ziehst hier einen richtig dicken Wing. Und zwar soll das ein recht geschwungener Wing sein. Und du ziehst ihn so arg nach innen, dass es wieder aussieht wie ein Fox-Eye. Also du sollst auf jeden Fall diesen Shape quasi haben von diesem Fox-Eye. Und auch auf deinem Lid soll der sehr dick sein, der Eyeliner. Das heißt, es sieht aus, als hätte es, so sage ich jetzt mal, Lidschatten auf dem Auge, weil er halt quasi dein ganzes Lid schon fast bedeckt. Aber achte darauf, dass du auf jeden Fall dieses Weiß oben noch hast. Also es soll quasi aussehen wie schwarz, weiß und dann den Lidschatten-Look. Verstehst du, wie ich meine? Also man soll auf jeden Fall diese weiße Cut-Crease noch sehen. Das heißt, der schwarze Eyeliner darf nicht zu groß sein. Okay, okay, okay. Das schaffe ich. Also das habe ich schon mal zumindest mal gecheckt. Ich glaube, das ist das Erste, was ich jetzt komplett gecheckt habe. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass das das Erste ist, was ich checke. Aber naja. Also wir haben einen recht geschwungenen Eyeliner. Groß. Ich mache ihn einfach mal so groß. Und dann geht er über das ganze Lid. Ich habe ja noch viel Platz beim Weißen. Ich glaube, ich habe es ein bisschen zu hoch gemacht. Naja. Und dann soll es aber so ein Katzenauge sein. Das ist jetzt mal so meine Grundbasis. Aber so hätte ich es jetzt mal verstanden. Und natürlich ausmalen den guten Eyeliner. So, irgendwie sieht das so ein bisschen aus bis jetzt wie so ein Punk-Look, würde ich sagen. Okay. Aaaaaaah. Habt ihr das gerade gesehen? Ach, gerade durchdachte. Ich bin so gut wie fertig. Musste sowas ja passieren, oder? Okay, hoffen wir mal, das wird ein Dracula-Look, weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Komm, Isabel, sei gnädig mit mir. Jetzt ziehst du dir einen unteren Eyeliner. Und zwar, kennst du das ja, wenn man zum Beispiel Barbie schminkt oder eine Puppe, dass man quasi die Wasserlinie, die eigene Wasserlinie so ein bisschen erweitert. Das sollst du jetzt auch machen. Also du schnappst dir einen Eyeliner, einen sehr präzisen, und verbindest den mit dem äußeren Eyeliner, mit dem Wing, und ziehst dir quasi einen unteren Eyeliner und lässt den so ein bisschen auslaufen. Also der soll sich nicht mit dem Fox-Eye verbinden, der soll aber parallel zu dem Fox-Eye quasi sein. und lässt dann quasi so das Ende offen. Also du sollst es nicht zumachen, sondern quasi wie so ein Strich unter dem Auge, was so bis zur Nase quasi so ein bisschen gezogen wird. Ihr wisst ja, ich sage immer, ich kann Sachen schlecht erklären. Ich glaube, Isabel hat mich gerade übertroffen. Ich habe es so halb verstanden, aber es ist so kompliziert. Okay, also. Es ist ein Eyeliner. Ah, ihr seht ja nicht mal was, aber ich muss in den Spiegel schauen, weil das ist mir gerade zu präzise hier alles. Okay, der geht von dem hier aus rüber, und dann lassen wir so einen Spalt. So, glaube ich. Ich glaube, sie hat es so circa gemeint. Oh, das hat gerade richtig gejuckt. Ah, ich muss kratzen. Ich muss kratzen, ich muss kratzen. Ja, so in der Art irgendwie, oder? Weißt du was? Ich glaube, ich lasse den jetzt einfach so. Wird schon passen. Wie geht es weiter? Jetzt hast du so eine erweiterte Wasserlinie, also quasi so einen weißen Balken unterhalb von deiner Wasserlinie. Und da machst du jetzt komplett orange in den Glitzer rein. Und der soll sich natürlich wieder so ein bisschen auslaufen von innen. Also, das soll jetzt nicht so abgehackt innen aussehen, so quasi im Innenwinkel, sondern lass das alles so ein bisschen auslaufen, damit das so einen richtig schönen Übergang hat. Da soll jetzt noch orange in den Glitzer rein. Ah, ich wünschte, ich hätte mir alle Sprachen, wie mir schon von Anfang an angehört, weil dann müsste ich immer schon so ein bisschen, hätte ich mir einen Platz gelassen, aber das ist... Zum Glück habe ich überhaupt orange in den Glitzer. Stellt mir vor, ich hätte jetzt keinen gehabt. Okay, dann nehme ich Glitzerkleber. Das ist übrigens beides von Anastasia Beverly Hills. Keine Ahnung, warum ich gerade mit dem Akzent gesprochen habe. Ähm, okay. Glitzerkleber, boah, ich habe da wirklich fast keinen Platz. Wir kriegen das hin. Und wie soll ich den Glitzer jetzt bitte da drauf geben? Hallo, ich... Ich habe mir einen präzisen Pinsel genommen. Das ist eh alles schon richtig im Arsch hier. Wow, das sieht jetzt auch noch aus, als hätte ich eine Augenentzündung. Das ist abartig. Das ist abartig hässlich. Oh mein Gott. Es ist halt jetzt einfach so. Man kann da jetzt auch nichts ändern, außer, dass ich der Isabel gleich böse Nachrichten schicken werde. Wenn du bis hierher gekommen bist, bin ich wirklich schon unfassbar stolz auf dich, denn ich verstehe meine eigenen Sprachnachrichten hier nicht. Es ist so kompliziert, diesen Look zu erklären. Aber es geht weiter mit dem Augenmakeup. Das ist fast fertig. I promised. Aber es ist noch nicht fertig. Und zwar nimmst du dir jetzt ein Eyeliner oder schwarze Bodypaint-Farbe und machst drei Ecke und ziehst sie so runter, wie bei einem Clown quasi. Einmal in der Mitte von dem kompletten Auge, dann an der Seite und innen. Also es sollen so wie Zacken runter sein. Und die machst du an die untere Eyeliner-Linie. Also quasi unter deiner Wasserlinie, unter dem Orange. Und dann kommt da quasi wie so ein Eyeliner-Strich unten drunter. Und da dran machst du diese Dreiecke, sag ich jetzt mal. Aber diese langgezogene Dreiecke. Und davon machst du drei Stück an jeder Seite, damit es vielleicht auch sieht wie so lange Wimpern quasi. Okay, ich glaube, es wird ein Clown. Ich meine, sie hat das Wort Clown auch verwendet. Aber... Es wird ein hässlicher Clown, kann ich jetzt schon mal sagen. Das ist ein gruseliger Clown. Eigentlich ganz gut für Halloween. Das ist auf jeden Fall ein Halloween-Clown. Leute, falls ihr das nachschminken wollt, macht es nichts. Aber wir machen jetzt diese Zacken runter. Okay, einmal eine in der Mitte. Sie hat nicht gesagt, wie lang die sein sollen oder wie dünn die sein sollen. Sie hat nur gemeint länglich. Oh, ich habe sie jetzt schon verkackt, Leute. Ich zitter schon so. Ich kann irgendwie nicht mehr. Das sind jetzt mal so circa die Outlights. Oh, ich glaube, der ist zu lang. Egal. Jetzt ist es schon so. Leute, das sieht nicht aus wie ein Clown. Das sieht aus, als wäre ich in irgendeiner Metal-Band oder so. Wissen Sie, was ich meine? Als würde ich gleich so... Genau so sehe ich auch so da, oder? Ich glaube, dir passt das so. Wenn nicht, sowieso Pech gehabt, weil ich werde das jetzt hier nicht nochmal ändern. Aber ich glaube, es passt. Also so habe ich zumindest verstanden. So, meine lieben Leute, wir machen weiter. Ich verspreche dir, ab jetzt wird es nur noch einfacher. Und zwar nimmst du jetzt das Orange, dieses Glitzer-Orange, was du auch unter der Wasserlinie quasi hast und tupfst es so auf deine Nase. Also das muss auch nicht irgendwie eine scharfe Nase sein, also so eine scharfe Verblende, sondern du kannst es so richtig schön ausblenden, so ein bisschen nach oben einfach. Aber deine komplette Nase soll aussehen, als hättest du sie quasi einmal in Glitzer getunkt und dann einfach so mit den Fingern oder so so ein bisschen ausblenden. Okay, okay, okay. Ja, das kriege ich wirklich hin, einfach eine Glitzer-Nase. Gut, das heißt, ich nehme jetzt wieder meinen Glitzer-Kleber, den habe ich hier. Zum Glück habe ich das auch nicht weggeräumt. Hätte ich sowieso nicht weggeräumt, ich räume meine Sachen nämlich nie weg. Mein ganzer Schminktisch. Ich weiß auch, ich sehe jetzt nur den schwarzen Hintergrund hier vor mir und hinter mir und zeitlich überall ist einfach das Chaos ausgebrochen. Es ist einfach komplett bummvoll alles. Egal. Jedenfalls, okay, Glitzer-Kleber auf die Nase. Das Problem ist, man kann Glitzer nicht so richtig so schön verblenden, weil der klebt dann einfach überall dort, wo der Glitzer-Kleber ist, okay? Und sonst nirgendwo. Das heißt, ich muss den Glitzer-Kleber irgendwie so ein bisschen versuchen zu verblenden, okay? Dann nehme ich mir meinen Glitzer und ich glaube, ich gehe gleich mit den Fingern rein. So, ich habe jetzt hier einen Finger-Glitzer. Schick, 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 schick. Und tun wir den jetzt auf die Nase. Das ist komisch, sieht das aus, als hätte ich irgendwie eine Allergie oder so? Wahrscheinlich schon. Aber was soll's. Okay. Wisst du was? Der Glitzer, das stinkt irgendwie ein bisschen. Vielleicht ist es auch mein Finger. Ganz ehrlich, was soll dieser Look werden? Was soll dieser Look aussagen? Und außerdem, woher kommen jetzt diese Flecken auf einmal her? Es ist eine Katastrophe. Das ist eine absolute... Das ist ja schon eine Gemeinheit. Sollte ich mich überhaupt trauen, sowas zu posten? Egal, um ehrlich zu sein, habe ich keine Nerven mehr dafür. Deswegen geht's auch weiter mit der nächsten Memo. Jetzt schnappst du dir einen orangenen Lidschatten und malst dir zwei Backen auf, aber ausgeblendete Backen. Also es soll nicht so scharfkantig quasi sein, sondern einfach so zwei Kreise, die richtig schön so ausgeblendet sind. Hättest du mir das nicht sagen können, bevor ich diese Zacken nach unten geschminkt habe? Okay, orange, ausgeblendete Backen. Ich glaube, so eine kleine Backe wäre besser gewesen. Ich habe eine überdimensionale Backe gemacht. Na, super. Vielleicht kann ich das mit ein bisschen weiß fixen. Okay, lassen wir es einfach so. Aber ich glaube, ich gehe jetzt nochmal kurz mit dem Eyeliner drüber, damit das wieder schön schwarz ist. Ah, jetzt habe ich es verkackt. Ah! Wie geht's weiter? Jetzt kommen wir auch schon zu den Lippen. Das geht ja richtig fix hier heute. Und dafür nimmst du einen schwarzen Lip Liner und umrahmst deine Lippen. Aber beim Lippenherz bist du vorsichtig, denn du machst hier nicht so einfach so runde, schöne Herzlippen, sondern machst es richtig eckig, sodass es aussieht wie so ein Zickzack quasi oberhalb der Lippe. Und bei deinem Mundwinkeln ziehst du diesen Lip Liner so ein bisschen nach außen, damit es aussieht, als würdest du lächeln quasi. Also so ein bisschen so wie ein Clowns-Mund, sage ich jetzt mal. Okay, das habe ich gecheckt. Das habe ich sogar sehr gecheckt. Ich habe zwar einen schwarzen Lip Liner, den habe ich aber verschusselt. Deswegen nehme ich den Eyeliner, den ich auch für unterrum hier verwendet habe. Leute, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ich nehme jetzt einfach mal an, das wird ein Clowns-Look, okay? Ich habe einfach zufällig, finde ich diese Zöpfe und ich finde, das ist auch irgendwie so Clowns-mäßig, oder? Vielleicht ist das ein Zeichen. Hier ist sehr eckig, hat sie gemeint, so zickzack. So eine Art nehme ich an, runter und dann so ein bisschen nach oben. Ich weiß es nicht, dass ich das gerade sage, aber ich glaube, der Look kommt so langsam zusammen. Also ich finde, es sieht von Schritt zu Schritt wieder ein bisschen cooler aus. Hoffen wir, es geht so weiter. Als Lippenfarbe benutzt du eine Orange und verblendest es ins Schwarze, so quasi in den schwarzen Lip Liner, damit es aussieht wie so ein Ombre-Effekt. Und dann benutzt du nochmal das Glitzer, das Orangene von der Wasserlinie und von der Nase und tupfst es so ein bisschen in die Mitte auf. Also ich meine, das klingt cool. Ich habe nur gerade kein Orange bei mir, das nervt. Ah doch, hier habe ich einen. Uh, das ist doch sehr orange. Das ist gerade ein richtig hässliches Ombre, aber ich dachte mir, jetzt kommt sowieso das Glitzer drüber. Das heißt, ich muss mir jetzt Glitzerkleber auf die Lippen schmieren, was nicht sehr ideal ist. Bloß nicht in den Mund bekommen, das riecht irgendwie schon giftig. Okay, ich muss jetzt zugeben, dass das sogar ganz cool aussieht. Ja, es sieht cool aus. Okay, ich habe es zugegeben. Es geht aber noch weiter. Falls du Kontaktlinsen hast, zieh bitte noch Kontaktlinsen an. Und zwar auf einem Auge weiße Kontaktlinsen und auf dem anderen Auge schwarze Kontaktlinsen. Und jetzt, falls du noch Lust hast und Nerven hast, jetzt kommt ein kleiner Bonus. Das musst du nicht unbedingt machen. Es ist eigentlich auch nicht so auf dem Bild, aber ich finde, es ist cooler. Deswegen würde ich gerne, dass du es trotzdem machst. Was denn? Du benutzt jetzt Wimpernkleber und fährst einmal um den Kreis herum damit quasi. Also am Ende von dem Kreis an der Kante trägst du überall Wimpernkleber auf. Und da machst du überall Blattgold drauf, sodass es aussieht, als wäre dein Gesicht ein Rahmen quasi. Weißt du, wie ich meine? Also drumherum um den Kreis soll einfach dieses Blattgold sein. Ich glaube, das könnte richtig, richtig geil aussehen. Also soll auch nicht zu viel Blattgold sein, einfach so eine Linie quasi Blattgold. Und dann würde ich sagen, trägst du noch eine orange Perücke auf und natürlich Lashes. Und bei den Lashes möchte ich, dass du richtig lange und dramatisch nimmst. Also die sollen nicht so richtig voluminös sein, aber richtig lang und so vielleicht so ein bisschen auch so Cat-Eye-mäßig. Jetzt fehlt noch ein letzter Step und der fehlt auch nur noch, weil ich ihn aus Versehen vorhin vergessen habe. Und zwar nimmst du jetzt nochmal deinen Eyeliner und machst dir nochmal so ein Dreieck. Überhalb von der Cut-Crease. Also wir haben hier auf beiden Augen diese weiße Cut-Crease quasi. Und darüber diesen verblendeten Look von schwarz-orange auf gelb. Und auf einer Seite setzt du jetzt überhalb der Cut-Crease der weißen noch ein Dreieck und ziehst es wieder so nach oben. Also du hast es ja schon unten quasi, dass du diese nach unten gezogenen Dreiecke hast. Und das Ganze machst du jetzt noch auf einer Seite oben quasi über dem Weiß. Und jetzt habe ich keine Stimme mehr. Okay, das war mir gerade irgendwie zu viel Information. Es waren gerade irgendwie sieben Schritte hin und zurück und wieder nach vorne. Wir starten jetzt mit diesem Dreieck, glaube ich. Sie hat mir gesagt, es ist fast vorbei. Und dann kommen auf einmal nochmal 30 Sachen, die ich machen muss. Steht das irgendwer? Ich nämlich nicht. Okay, jetzt ziehe ich da noch so ein Dreieck auf der Seite. Hier am schwarz, oder? Ich glaube, so in der Art meinte sie das. Schon als wie der Eiffelturm. Okay, und sie hat gemeint, nur ein Zacke, glaube ich. Deswegen belassen wir es jetzt einfach bei dem. Dann, was kam jetzt noch? Große Lashes, Carmen. Nein, nicht die Lashes. Also schon noch Lashes. Aber zuerst will ich das mit diesem Blattgold machen. Das habe ich nämlich gerade schon verdrängt, weil da dachte ich mir, ich höre jetzt nicht richtig so. Sie sagt zuerst, wir sind fast fertig mit dem Look. Dann will sie noch, dass ich einfach hier einen Rahmen aus Blattgold bilde. Also ganz ehrlich. Das Einzige, was ich habe, ist dieses Rosé Blattgold. Vielleicht passt das eh ganz gut, weil das so ein bisschen orangelich ist. Keine Ahnung. Okay, Wimpernkleber. Wow, okay. Schaut euch das mal an. Das ist so messy. Und das habe ich auch vom Teddy. Das ist so richtig irgendein Blattgold. Wie soll das? Ich arbeite nie mit Blattgold. Das heißt, ich kenne mich halt wirklich Nüsse aus damit. Aber wir machen jetzt das um den Rahmen herum. Wisst ihr, das einzig Gute daran ist, dass wir jetzt irgendwie nie erfahren müssen, ob dieser Rahmen schwarz oder weiß gehört, weil er jetzt sowieso mit Blattgold voll wird. Und ich hätte mich auch nicht so bemühen müssen, dass er gerade ist, weil jetzt ist sowieso alles komplett messy. Ich arbeite nie mit Blattgold, Leute. Ich kann mir das gerade irgendwie nicht ganz vorstellen, wie das dann aussehen soll. So, glaubt ihr, ist es dann so richtig, ist es dann so ganz flaky? Ist es dann so komisch oder ist es so ganz glatt? Ich weiß es nicht. Und wie dick soll ich diesen Rahmen machen? Schon ein bisschen, oder? Sonst sieht man es ja gar nicht. Okay, der Kreis mit Bimberkleber ist fertig und jetzt kommt hier das Blattgold drauf. Ich klebe es einfach mal entlang. Keine Ahnung. Tada! Und jetzt, glaube ich, kann man das so abziehen, wo nicht der Kleber war. Wisst ihr, was ich meine? Oder so zurechtdrücken irgendwie. Ah ja. Also sie sagen, irgendwie klappt es, aber irgendwie klappt es auch nicht. Aber ich dachte, ganz ehrlich, ich dachte, es wird viel schlimmer. Okay, jetzt klebt alles so halbwegs. Leute, das ist irgendwie cool. Hey! Ich mag es. Das ist echt cool geworden. Ich kann jetzt leider mein Gesicht nicht mehr so viel bewegen, weil sonst fliegt das vielleicht runter. Jedenfalls, jetzt brauche ich noch überdimensionelle Lashes. Da habe ich, glaube ich, ganz gute. Ich trage mir da vorne noch eine kurze Schicht Mascara auf. Das hat Isabel jetzt noch nicht gesagt, aber ich glaube, das hat sie gemeint. Bin mir schon wieder ins Auge gefahren. Ah, mit dieser Mascara tut es richtig weh, weil die hat so lange borsten. Boah, das hat gerade richtig weh getan. Oh mein Gott, mein Auge wird gerade richtig rot. Seht ihr das? Naja. Wer Lux schminken will, muss leiden. Mein neues Sprichwort. Und bereit für die überdimensionalen Lashes? Die Lashes waren nicht bereit für mich. Oh, okay. Die sehen auch nochmal richtig cool aus. Ich finde, die verbinden jetzt gut so diese Zacken mit allem, weil die Lashes sehen irgendwie auch so ein bisschen zackig aus. Okay Leute, jetzt fehlen tatsächlich nur noch die Kontaktlinsen und die Perücke. Und, also ich habe gerade nur diese Perücke hier mit den Stirnfranzen gefunden, aber ich hoffe, es ist halbwegs okay. Isabel hat mir geschrieben, sie ist auch schon fertig und ich würde sagen, wir rufen sie jetzt mal an. Hallo? Zeig mal. Oh, du siehst voll gut aus. Du siehst ja viel besser aus. Ganz ehrlich, du hast es ja eh gut verstanden mit der Kreese und so. Keine Ahnung. Ich bin so gespannt, wie das Bild gleich aussieht. Du siehst eins zu eins, wie das Bild aussieht, wirklich. Echt? Ja. Okay, sollen wir uns das Bild schicken? Ja. Okay, ich bin so gespannt. Wir blenden das Bild jetzt hier ein. Ui, ich sehe so kacke aus im Vergleich. Mein Clown ist, mein Clown ist anders, aber ich habe mich bemüht. Ganz ehrlich, ich finde, also man sieht sofort, dass es, also man hat, also so schlecht kann ich gar nicht erklärt haben. Man sieht schon extrem Ähnlichkeiten. Soll ich dir sagen, was du falsch gesagt hast? Ja, bitte. Okay, du hast so gesagt, du nimmst gelb und verblendest es so nach oben, okay? Und dann nimm orange und verblende es überhalb. Und jetzt habe ich hier so, also man sieht es jetzt eh nicht mehr, aber ich habe so gelb und dann darüber orange. Ach so, ich meinte überhalb, also drauf auf das Gelb. Uff, süß. Hey, aber es sieht eh gut aus. Ey, jetzt weiß ich, was du meinst mit der Matters Band. Okay, also, tschüss. Hallo. Gut, Leute, ihr habt es gerade gesehen hier nochmal. So sollte ich eigentlich aussehen und so sehe ich aus. Knapp daneben ist auch vorbei, würde ich sagen, oder? Wenn ihr Isabel's Look nochmal genau sehen wollt und auch sehen wollt, wie ich das in den Sprachmemos für sie beschrieben habe und ob sie das auch gut umgesetzt hat, dann schaut auf jeden Fall bei ihrem Kanal vorbei. Ich werde mir das Video jetzt auch direkt anschauen, ist unten verlinkt. Nicht vergessen, diesen Video einen Daumen nach oben zu geben und gerne mich abonnieren. Es kommen noch ein paar Halloween-Videos. Ich werde diesen grauenhaften Look jetzt abschminken und wir sehen uns nächste Woche wieder beim neuen Video. Tschüss.